Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion T2 im 4 gegen 4 Modus. Gigamercs wurde leider abgelehnt. Deswegen ist es ein ganz normaler Modus mit trotzdem Auto-Sinn. Wir könnten trotzdem Fiesta nehmen, auch wenn er Fiesta schon hat. Nee. Wir nehmen ihn an Champion. So, das ist nicht schlecht. Der wäre auch nicht schlecht. Der wäre auch nicht schlecht. Oh, holy shit, man. Den raus, den rein. Den raus, den rein. Ende. 20 Sekunden. So, wir starten mit 2 zu 1. Das ist der Plan. Das wir sie gut aufwärten können. Okay, das ist ein Büro. Fiesta Exit. Okay, wir könnten einfach noch einen vierten Walker gehen. Gerade im 4 gegen 4 Modus kriegen die ja übel schnell Mana. Ich werde ihn dann zum Champion machen. Ich werde ihn dann zum Champion machen. Das ist mein Plan. Und er ist schon fast voll. Aber ich glaube nicht, dass ich das halten kann. Das sieht nicht gut aus. Ah, da hätte ich wieder was bauen müssen. Ich habe schon mal einen voll. Das ist nicht schlecht. Na ja, Sack. es könnte reichen dass ich den nächsten aufwerfen kann willst du mich verarschen willst du mich verarschen ein gold alter dass das bitte dann stelle ich jetzt einfach noch drei hin so eine scheiße wegen einem gold das gibt es doch gar nicht aber jetzt kann ich auf jeden fall aufwerten so stufe 2 das ist echt ärgerlich weiter upgrade irgendwie kriege ich das immer nie so gibt es hin wobei der start ganz gut war jetzt passt es aber und der ist auch schon voll der ist auch schon voll jetzt brauche ich natürlich meine zeit um dann die ganzen aufzuwerten stellen wir einfach noch ein paar daraus hin die drei sind voll er braucht noch also schon stücke 2 ein ich ich es ich es ich ich es tot aber ein stich können wir machen lasse ich mal kurz gucken anrufe rein jetzt gehen Und dann baue ich erstmal noch einen. Okay, Pyro ist down. Jetzt hat er ganz viele Basukas hingestellt. Also das richtige Timing von den anderen habe ich noch nicht so raus. Also spiele ich auch einfach viel zu selten. Ich muss die wirklich mal öfter spielen. Wenn ich den ersten Kingpin habe, dann kann ich auch locker auf Wörter gehen. Den werben wir auf. Ja, ja. Ich habe hier noch teure Einheiten. Könnt ihr auf jeden Fall nochmal eine Reihe machen. Aber ein paar Wörter brauche ich auch. Jetzt komme ich hier nicht vom Fleck. Ich muss schließlich auch ein bisschen Einkommen generieren. Ich glaube mit 10 bin ich erstmal gut dabei. Jetzt ist schon voller Kingpin. Hat mehr Mana-Rosser geholt und dafür aber weniger Angler. Ich komme jedenfalls erstmal zurecht. Auch wenn ich natürlich jetzt drei Mana-Rosser habe, die sich um die ganzen Leute hier kümmern müssen. Um denen das Mana weiterzugeben. Auf meiner Seite auch nicht viel. Wer schickt auf mich? Grün. Ja. Der hat schon Kingpin. Aber ich komme ganz gut zurecht. Jetzt. Nachdem ich einmal verkackt hatte. Der macht auch diese Pyro 300 Meter. Aber das ist mir erstmal egal. Ja komm, das reicht. Jetzt habe ich hier vier aufgewertet. Der bleibt erstmal so. Zumindest für den Anfang. Also den Oli Game Kingpin ist schon stark. Manche regenerieren. Das ist auch nicht verkehrt. Durch den Metzger. Ja, der hält halt übelst lange durch. Machen wir erstmal so. Dass wir abgesichert sind für die Boss-Wave. Der ist auch bald so weit. Er ist fast genauso weit. Der habe ich zum Schluss aufgewertet. Alter, er ist auch noch eine Recherin. Auch teure Teile. Aber ihn brauche ich erstmal nicht versuchen zu schicken. Da passiert nichts. Ja, haben halt alle übelste Urbild. Wir nehmen... Wir nehmen... Das. Wenn ich jetzt noch hinbaue... Brauchen die noch länger, um sich hoch zu quetschen. Aber... Ich brauche jetzt einfach ein bisschen... Ein bisschen Magie-Schaden noch. Auch gar nicht probieren, dem was zu schicken, wenn er so viel Urbild hat. Da habe ich zu wenig Wirker. Naja, auf wenigstens kann ich dann... Ja, alle Kingpins gleichzeitig aufwerten wahrscheinlich. Und den Rest den Worker schicken. 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 Ist ja nicht der alles wichtig, wenn wir da dran sind. Mal gucken... diesen stich wieder schicken für die rächerin oder ein voreis voreis wäre stark ansonsten echsen dann gibt es echsen so die sind erstmal alle da wir werten hier mal auf und jetzt können wir ein bisschen worker aufladen 220 hat auch nicht so viel doppelte rächerin plus 400 er hat plus 800 aber liegt doch an den kingpins die er hat auch der eine ist fast voll ist er voll? nö da warte ich noch werde ich hier noch einen Metzger hinstellen dann hier noch den ja und das blitzieht kack aus da steht ein manor naja ich glaube ich werde jetzt auch öfters spielen damit ich einfach erst mal lernen wie das funktioniert die hat na plus 800 immer noch der hat immer noch plus 400 er ist voll er ist auch fast voll die werte ich mal noch mit auf so ich bin immer noch mega weit weg von den Rokons die die anderen haben aber so langsam ändert sich's wenn ich jetzt die kingpins aufwerben kann nicht genug Jetzt können wir alles in den Löcher packen. Jetzt bin ich fett. Man hat ganz schön eingesteckt, so. Aber dafür, dass es eine Bosswave war, gut dabei. Nummer zwei. Nummer drei. Jetzt geht es langsam los. Ich habe zumindest den Orang schon mal. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt hat er auch mehr Rocker gebaut. Nächstes Waves noch mit auf und probieren. Jetzt hat er 300 Minus. 900 Plus. Das könnte meine Chance sein. Ich bin ganz unten. Aber er ist mit mir ganz unten, damit ich den Arm of King bin. Schauen wir mal, was noch so rauskommt. So, wir werten jetzt den Metzger auf. Stören wir hier noch einen hin. Das können wir noch aufwerten. Wir können hier auf jeden Fall noch ihn aufwerten. Und das sollten wir eigentlich gut abgesichert sein. Okay, 840. Ganz viele Kanonschützen. HPS hat er noch dazu gebaut. Jetzt habe ich die Worker aufgeholt. Natürlich nicht das Einkommen, aber zumindest die Worker. Wie sieht es mit Einkommen aus? Ich kriege 839 und die haben alle über 900. Naja, schon fast 1000. Du bist fertig. Den werte ich auf. Die Schwer durch auf. Keine Worker mehr. Meinst du bitte so erbärmend nicht mit dem Metzger und den zwei Mana-Rosten? Zumindest kurz auch hoch. Das 1.500 hat er. Ist immer noch nicht so weit. Wir werden es hier noch mit hinstellen. Die sind auch ganz gute Tanks trotzdem. Hm. Ja, übelsteuere Einheiten, die ganzen Zeus ey, die ballern alles weg. Jetzt ist gerade mal die Frontlines hoch. Oh jetzt. 1.500 plus hat er. Meine King Beans halten aber trotzdem gut, auch wenn ich hier ganz unten bin. Haben wir den noch Upgraded. Machen wir die noch. Noch Mana-Ros. 1700 plus. Wir haben 3.000. Das sind Eiersäcke. Da sind auch ganz viele King Pins. Hm. Wirst du weiter geschickt? Ich glaube ich beutze nur noch die Crab Lords. 1.000. Wirst du noch gut verpassen. Ja, die ganze Nachher auch Säcke. So, der ist fertig. Das können wir hier vorne noch. Crab Lords bauen. haben auch 2000 plus die kreppler sind auch nicht ohne wir können ganz schön nervig sein und jetzt kann das ganze mal zu den fließen beziehungsweise zu den stepp kochs obwohl ich so weit unten bin kann ich mithalten mehr oder weniger schau mal kurz rüber alle über 3000 die ganzen pyros und zeus und aps abartig kann auch hier noch welche hinstellen die können ein bisschen blocken wenn sie beschwörungen machen und schon bin ich 680 struten tor das ging flott reinheit noch bis 2000 mit den ganzen hydras ok wir wollen man bleibt nur eins übrig dann bleibt mir nur übrig nee den baue ich jetzt nicht hin die kragen zu schicken hexagon raus 2000 nur ganz viele vor ist geschickt ja der der auge der mensch ist natürlich unheimlich fällt aber sieht gut aus ich kann sie noch ein bisschen aufhalten sehr schön ich habe schon dauernd ich bin jetzt erst weg 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 ich bin erstaunlich lange noch gehalten ja und hier kommen sie schon an so meine wir sind komplett die ganze welle verloren ja aber keine schlechte runde muss man schon sagen ich habe nur einmal am anfang verkackt er soll weiter und leaschen schaut doch kein bahn und videos vorbei das gleich abo da wenn ihr mehr sehen wollt bis dahin entspannten tag bis zum nächsten mal tschau